Musik KiwiGrid wurde 2011 gegründet und hat mittlerweile 160 Mitarbeiter aus 12 verschiedenen Nationen. Angefixt wurde ich durch die Technologien, die KiwiGrid benutzt. Und geblieben bin ich wegen dem Gedanken mit IoT-Geräten die Energiewende voranzubringen. Ich habe mich immer gefragt, wie kann ich Teil der Energiewende sein, ich als User Experience Designer. Und bei KiwiGrid habe ich tatsächlich die Möglichkeit, meine Fähigkeiten halt einzusetzen. Wir spielen heute mit unseren Kunden und Produkten und nicht zuletzt mit unseren tollen Mitarbeitern in der ersten Liga der Energiewende mit. Was hier bei KiwiGrid gefällt, ist, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Das Thema regenerative Energien spielt auch für mich privat eine große Rolle, da ich mich auf meinem kleinen Bauernhof auch gern selbst autark versorgen möchte und dies mit Hilfe von nachwachsenden Rohstoffen und Solarenergie erreichen möchte. Das Beste an KiwiGrid ist für mich das Team. Ich finde es faszinierend, was hier für tolle Menschen arbeiten. Wir haben hier Menschen mit Persönlichkeit, mit Leidenschaft. Eine ganz besondere Motivation, denn wir alle haben das Gefühl, etwas mitgestalten zu können und die Energiewelt ein bisschen besser zu machen. In der täglichen Arbeit hier bei KiwiGrid verbinden wir Agilität und Kreativität mit Professionalität und einer Art klaren Ausrichtung auf wirtschaftlichen Erfolg. Es kommt eigentlich wie Arbeit vor. Es ist eher wie ein Projekt, das du mit Freunden ausgemacht hast und jeden Tag die Möglichkeit hast, es voranzutreiben. Ich reise sehr gern und habe auf meinen Reisen erfahren, dass neben dem Müll auch ein großes Energieproblem vorliegt. Ich habe dann bei einer kleinen Bewerbungsrunde erfahren, dass es die KiwiGrid gibt und sie versucht, viele dieser Probleme zu lösen. Das Bild von KiwiGrid in der Zukunft ist für mich ein gewachsenes Hochtechnologie- und Industrieunternehmen, welches aber den Drive und den Spirit eines Startups nicht verloren hat. Kommt zu KiwiGrid. Wir revolutionieren die Energiewelt. Wir sind ein wenig zeitgö titanium. Wir sind letztendlich. Wir sind ein bisschenbelsägar.